GTA 5 Folge 61, wir haben keinen Schimmer, was wir zuletzt gemacht haben, was schon wieder so lange her ist. Doch wir haben gemordet. Für Geld und für Aktien. Ach und wir haben unsere Karre wo abgestellt, gell? Ich glaube die Karre verliert Öl. Nun denn, was machen wir denn als nächstes? Steigen ins Auto und holen uns eine tolle Mission. Zwei Optionen. Wir haben wahnsinnig viele, oder? Wir haben Vorbereitungsmissionen für diesen nächsten Heist. Da ist hier mal eine, dann ist hier eine am Schießstand. Und hier ist auch noch eine. Dann sind es ja sogar drei. Genau, da machen wir doch mal eine oder zwei. Was ist denn das mit dem P und Fragezeichen da oben? Das ist wieder so eine Paparazzi-Mission, aber die haben wir jetzt weiß Gott schon sehr sehr oft gesehen. Vor allem mit Franklin auch zuletzt erst, deswegen würde ich jetzt gerne mal eine von denen machen. Was ich auch gerne machen würde, ist eine Runde Golf spielen, weil anscheinend geht das immer. Aber das, damit wollen wir euch jetzt in dieser Folge auch noch nicht langweilen. Das machen wir erst relativ spät. Für die dreistelligen Folgen auch. Genau, wenn eh nur noch die Hartgesottenen zuschauen, die kriegen dann... Ich glaube, es gucken schon lange nur noch die Hartgesottenen zu. Nein, täglich schalten hunderte neue Gäste ein und sagen, man, hätten wir das nur die ganze Zeit bei GameTube angeschaut, weil es da einfach am besten ist. Soll ich denn nicht. Hallo? Wo denn sonst? Es ist halt auch so geil, wie wahnsinnig spät wir mit diesem Spiel durch sein werden, im Gegensatz zu allen anderen, die es schon durch haben. Aber die spielen es auch nicht so cool wie wir. Nee, ich meine auch so privat halt. Michi zum Beispiel, der irgendwie schon vor Ewigkeiten durchgekommen ist. Ach, der, der spielt, der macht ja immer Binge-Gaming. So. Der spielt ja auch, keine Ahnung, in Dark Souls in zwei Tagen vor, wenn es sein muss. Eine Stunde, ja. Weil er es kann. Ja, ich wollte gerade sagen, mal wieder Zeit haben für sowas. Herrlich. Dafür wird er dann auch noch belohnt und darf wahrscheinlich nach Tokio, um sich Dark Souls 2 reinzuziehen. Jetzt bist du falsch gefahren. Egal, aber ich bin gerade ohne meine Spezialfähigkeit trotzdem ganz schön gut gefahren. Ja, sah echt gut aus. Ja, Michi fährt nach Tokio, wie es ausschaut, und spielt dort Dark Souls 2 jetzt demnächst. Der Sack. Und wo fahre ich hin? Ich hätte eventuell auch gedurft, aber nachdem ich von Dark Souls keine Ahnung habe, war ich da nicht der richtige Mann für. Oh. Oh, die sind da nicht zerstörbar. Nee. Hoppla. Jetzt ist das Auto auch richtig kaputt, oder? Verzieht richtig schon. Nee, es geht nicht. Nee, es geht nicht. Ah, okay. Jetzt sind die Leipzig durchgedreht. So, ich dachte, hier ist eine Mission. Nee, du hast dir das nur markiert und ein bisschen daneben gepflegt, weil du so wahnsinnig weit auf der Karte draußen warst. Das ist doch hier das, den Dings abholen. Weiß ich doch, die kennen doch meine Ecke hier. Das ist der Müllwagen abholen. Oh nein. Ja. Haha. Achso, die haben wir schon mal versucht. Weil du ja nicht Paparazzi machen wolltest. Egal, dann fahre ich jetzt den Müllwagen. Oder vorher noch ein Fahrschnitt. Aber so, wenn wir schon mal da sind. Hey, lass dich mal nicht so hängen. Hier sehe ich auch noch die Haircuts, die Hand aufgeschürft hat. Ja, er wollte auch noch so ein Facepalm machen. Servus. Also der Bart bleibt, oder? Schau mal, das Blut ist aber am Arm dran, ne? Ja. Das ist doch krass, dass es auf den Klamotten drauf ist. So, Blowout. Ne, sowas mag ich nicht. Kurze Afro. Den Großen. Hatten wir den Großen nicht schon mal? Das ist alles Kacke auf jeden Fall. Ja, das ist alles Scheiß. Dann nehme ich den Großen Afro. Das ist ja schon ein bisschen Zeit vergangen, ne? Hattest du am Anfang, als das Spiel noch verändert hat, wenn ich nicht neu war, zufällig, diese Parodie gesehen von den Australiern? Ja, ja. Dass ich das nicht spielen konnte und dann das so alles nachgespielt habe. Das war so geil. Look good, look good. Yeah, yeah. Also das ist blöd. Das ist eigentlich auch blöd. Ne. Das ist schon am coolsten. Das ist schon der Rosenprogramm. Die Narbe vor allem. Ja. Hoppla. Achso. Jetzt die Frage, ob man bei Dragon Age demnächst, wo man ja auch so blutverschmiert, ständig rumläuft, auch zum Friseur gehen kann. Wahrscheinlich. Im neuen Dragon Age. Da ist ja die Resonanz nicht so gut auf das neue Dragon Age, verstehe ich gar nicht. Ach was? Ich musste ja klauen. Verstehe ich ehrlich gesagt momentan auch noch nicht. Also als Serienfan, der mit dem zweiten Teil nicht zufrieden wäre, was ja nicht auf mich zutrifft, würde ich sogar sagen, naja gut, schlimmer als das kann es ja nicht werden. Also werde ich einfach mal positiv eingestellt. Guck mal, der zeigt mir hier den Finger. Diese halbe Stunde Gameplay, echt. Ja. Die es da zu sehen gab, die sah doch eigentlich sehr nett aus. Na ja, wer weiß. Ich habe wahrscheinlich keine Ahnung davon. Ich kann es mir auch nicht ganz erklären ehrlich gesagt. Ich erwarte da nicht wahnsinnig was Großes und habe deshalb auch keine großen Sorgen. Die hängen jetzt die Bullen ab, man muss doch da irgendwo parken und dann Ball flach halten oder? Irgendwie so ging das doch. Ich war jetzt mal vor denen weg. Ja. 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 Schnell, 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 schnell. Ah, fuck. Haben wir mich schon erwischt. Shit. Aber sie sind dann auch so schnell dran. Ja, ich weiß halt nicht, wie ich die los werde mit der Karre. Weil ich kann nur mal, wenn die an mir dran kleben, kann ich nicht einfach in der Seitenstraße fahren und dann... Möchtest du sie irgendwie kaputt machen? Mal schnell parken. Ich wüsste ja nicht wie. Irgendwie einklemmen? Nein. Oder nicht einklemmen. So, dann werden wir einen schon mal los. Den auch. Gut. Ah, vielleicht muss man auch mehr querfeldein fahren oder so. Ah, vielleicht muss man auch mehr querfeldein fahren oder so. Versuchen irgendwie in kleinen Gassen sie loszuwerden oder sowas. Die Box ging dann wieder total einfach weg, ne? Mhm. Oh, das ist Wasser. Scheiße. Das sah jetzt gar nicht so blöd aus. Mal machen wir einen Blick nach hinten. So, jetzt habe ich die auf jeden Fall schon mal los. Jetzt muss ich nur schauen, dass ich nicht auf den vorne auffahre. Da sollte kein Problem sein. Wenn noch von hinten keiner kommt, geht's. Du könntest hier abfahren. Die sind beide auf der Autobahn drauf. Alle drei sogar. Geil. Naja. Fahrt halt in die falsche Richtung. Ja, jedenfalls Dragon Age 3. Also ich verstehe es jetzt auch nicht. Also anscheinend haben ein paar Leute diese halbe Stunde Sequenz da gesehen. Und haben jetzt schon wieder erkannt, dass bei dem ganzen Kampfsystem, dass das schon wieder nicht so taktisch und so Vogelperspektive ist, wie sie sich das alle wünschen und so. Bei uns sollen sie doch die Enhanced Edition von Baldur's Gate 2 spielen. Ja genau, das ist nämlich, sowas brauchen wir nämlich noch. Am besten die, die man gar nicht mehr bedienen kann. Also keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich blick da nicht drauf, aber es ist mir ehrlich gesagt auch wurscht. Mir hat Mass Effect gezeigt, dass man dieses Geschichten erzählen auch anders machen kann. Mir hat Dragon Age 1 und 2 gezeigt, dass es ein taktisches Kampfsystem gibt, was ehrlich gesagt taktisch genug ist. Und die Fehler, die es 2er gemacht hat, die werden sie ja schon nicht mal wiederholen. Das haben sie ja auch schon gesagt. Also was so Inventar und so angeht. Aber ansonsten, hallo. Da vorne ist der Befehl. Freut's euch halt mal auf was. Ja, habt ihr gehört, den Befehl von Dani? Ja, ist doch so. Nee, der ist da direkt rechts 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 rechts. Ihr Nörgler, die Spiele, die ihr wollt, die wird es nicht mehr geben. Glaubt's halt dran. Wo, wo denn? Ich seh den nicht. Da, 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 da. Ach, hier. Mein Gott. Ja, die sind ein bisschen klein, diese Markierungen. Verlasse den Mulvoggin. Ich verlasse den Mulvoggin. Pricks. Geil. So. Wow. Das war mal eine Mission. Ja, aber wir haben ganz schöne Anläufe gebraucht. Mann, oh Mann. Du musst jetzt A drücken, damit die Anzeige weg geht. Na gut. Na gut. Dann schmeißt du gleich die nächste Vorbereitungsmission dazu. Oder was ist denn das Fragezeichen? Wir können ja mal schauen, was auf der Karte irgendwie, obwohl da drüben, das ist das Nächste, was verfügbar ist, dann geh doch mal da hin. Hier werden Jetski rennen, aber hier ist eine Tonja Mission, die wollen wir nicht. Hier ist die Schießstand Mission. Ja, machen wir lieber da unten, oder? Die kannst du gerne machen, weil du bist ja so ein, du schießt ja so gern. So, und jetzt. Aha. Telefonkonferenz mit Trevor und Mike. Äh, was war das? Das war eine Durchsage. Das ist der Müllwagen. Oh je. Jetzt reingebracht. Aber hier. Schwupp. Fast. Letztens mal, wo ich hier die ganzen Autos sehe, kurz mal über die Gedanken gespürt, ob ich mir mal ein Auto kaufe. Was willst du mit dem Auto? Ja, das ist mir dann auch, naja, auch manchmal, jetzt wo es wieder so kälter wird, dachte ich so, weil andererseits ja, hier beim Büro gibt es nie Parkplätze, bei mir zu Hause den einen Stellplatz, den unsere WG hat, der ist schon besetzt. Ähm. Meint Amy auch mit ihrem Cabrio oder immer? Ja, genau. Ich habe einen Hundecabrio. Ne, das stimmt, also rein aus Parkplatzsicht kann ich kein Auto empfehlen in München. Allerdings ist meins ja gerade die Woche in der Werkstatt und ich werde wahnsinnig ohne Auto. Wenn man nur mal nach Hause kommt, wieder zum Supermarkt will und da, ich habe jetzt auch keinen Supermarkt direkt vor der Tür, da bist du verrückt. Mit dem Rollerhalter hat dies ja auch nicht mehr geklappt. Ist doch ein bisschen kalt. Ich nehme halt verflixt oft, wenn ich verpenne und ich verpenne halt oft das Taxi. Das läppert sich aber... Das ist halt echt teuer, also... Das ist sehr teuer, ja. Das ist wirklich dumm. Laut den Abschleppwagen. Aha. Der ist gerade weggefahren. Achso, das ist der Abschleppwagen. Ja. Ähm, der Sattelzug ist gerade weggefahren. Muss ich den jetzt irgendwie umbringen oder so? Nee. Der wird... Der ist als Feind angezeigt. Ja, der wird hier dann hinterher gerannt. Wie schalte ich den aus? So. Wie hast denn das gemacht? Mit B. So, der pennt jetzt auf dem heißen Motor. Der ist ihm wenigstens schön warm. Ja. Nee, da habe ich ein bisschen geguckt gehabt nach Smarts, weil wenn... Wenn würde ich mir hier für die Stadt einen Smart kaufen. Weil ich nicht einsehen würde, irgendwas anderes in so einer Stadt zu fahren, als so ein Mini-Ding. Da kriegst du ja noch schwerer Fahrplätze mit allem, was größer ist. Aber die hat sich dann auch irgendwie wieder schnell verflogen. Und wenn du bei dieser Drive-Aktion mitmachst, wo man quasi so... Ja, da wollte ich mich mal anmelden. Diese... Ich weiß gar nicht genau, wie heißen diese Carsharing-Geschichten? Ja, ja. Carsharing ist, glaube ich, das falsche Wort, oder? Nee, das ist irgendwie so ein... Also die Autos sind von diesen... Kurzmietverträgen mehr oder weniger. Ja. Genau, du steigst da dann ein. Du schaust auch in der App nach, wo eins ist. Genau. Steigst da ein. Fährst so und so lang. Das heißt gar nicht, ob das eine Pauschale ist. Car2Go ist das, glaube ich. Ja, irgendwie sowas. Und dann gibt es noch zwei, drei andere Anbieter. Also auch hier in München. Ähm... Ja, das ist eine Pauschale. Das ist eine Pauschale. Ja, das ist eine Pauschale. Das ist eine Pauschale. Ja, da muss ich mich echt mal anmelden. Entschuldigung. So, ich hätte halt gerne manchmal so, ich würde halt gerne abends zum Beispiel gerne nochmal... Die haben ja die Schwimmhallen so lange offen. Mhm. Gerne nochmal zur Schwimmhalle fahren oder so. Aber ehrlich gesagt, bei dem Wetter dann so raus... Ja. Da wäre halt ein Auto echt nett. Naja. Keine Ahnung, ich habe irgendwie alle fünf Jahre so einen Anflug, dass ich vielleicht doch ganz gerne mal ein Auto hätte. Noch nie in meinem Leben ein Auto gesessen. Echt. Und irgendwie fühle ich mich auch nicht so richtig erwachsen, wenn ich noch nie ein Auto gehabt habe. Glaub mir, auch mit dem Auto fühlst du dich nicht erwachsen. Ja, aber es ist so... Ich weiß nicht, das... Autoharm ist für mich so wirklich sowas... Okay, jetzt... Jetzt hast du es geschafft. Bist du dann erwachsen. Als nächstes noch Steuern zahlen. Und nicht zu knapp, wo du Geld in ein Auto stecken musst. Wahnsinn. Also ich würde ohne ein Auto wahnsinnig werden. Gut, ich muss ja auch oft nach Ingolstadt und ich fahre einfach auch total gern Auto. Auch in München. So einfach irgendwie nicht unbedingt rumfahren, aber dann, wenn man wohin muss, dann doch nur ein Auto. Und dann Musik hören oder so, das ist schon irgendwie... Ich fahre in Berlin immer total gern mit dem Auto von meiner Mutter. Weil du auch so schöne, breite Straßen hast und so. Wollt ihr Schlitten, oder? Wollt ihr Schlitten wahrscheinlich? So heißt Vorbereitung, schön und gut, aber zweimal ein lahmes Auto aus dem Parkplatz bringen. Das ist die Gangster-Life. Ja. Wahrscheinlich ist das gar nicht so aufregend. Kann nicht nur alles Koks und Mücken sein. Ja. 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 Ja, dann müssen wir eben zumindest unseren Tag raussuchen, wie gut das Wasser schon wieder ausschaut, wo wir dann auch Bock haben, diese ganze Ladescheiße auch zu kommentieren und, ne, aber das ist halt was, wo man oft nicht so richtig Bock hat, wenn man sagt, hey, bringe ich jetzt den Samstagnachmittag damit zu, auf Ladebildschirme zu starren und zu versuchen, synchron für drei bis vier Leute irgendwie so eine GTA-Aufnahme hinzukriegen. Also sorry Leute, aber wir machen es auch irgendwann, aber... Kann dauern. Ja, kann auch ein bisschen dauern. Aber dann wird es super. Oder auch nicht. Obwohl, also zusammen so ein Heist, das wäre schon geil. Da kann man vielleicht Playday spielen, das haben wir eh schon mal vorgehabt. Das machen wir, wenn wir hier die Rechner mal vernünftig zu stehen haben, dass jeder einen vernünftigen PC hat. Da wurde nämlich heute, ähm, also heute an dem Tag, wo wir die Aufnahme machen, ähm, wurde ein DLC angekündigt, wo man, wo so Bank, ähm, Geldtransporter überfällt. Oh, okay. Und da sahen die Bilder schon wieder so cool aus, weil ich so dachte, ey, zu viel da rein, was das für eine Gaudi sein muss. Gewonnen. Super. Erster Platz. Weißt du, was du damit gewonnen hast? Weißt du, ich darf das Pad abgeben, oder? Verdammt. Ne, mach ich ja gern, ähm, dann musst du aber auch irgendwie ans Ufer wiederkommen, weil, keine Ahnung, wie man hier wieder rauskommt. Ah, ich find da schon weg. Ah, hier ist noch ein Ausgang. Leiter. Kommt man da raus? Du hast auch noch eine Leiter? Da sieht es so aus. Du hast auch noch eine Leiter. Da ist eine Leiter, genau. Überall Leitern. Na gut, dann geh ich wenigstens hier noch aus dem Wasser raus. Leiter away. Steht dir dummerweise kein Auto rum. Und da ist wieder mein Lieblingsgebäude. Hier sind wir doch letztens gerade erst irgendwie wieder hochgekackselt. Ja, da gab es neulich Ärger im Hafen. Ja. Nun denn, ähm, in der nächsten Folge mehr heißt und geschieße. Bis dann. PS, man kann die Sache nicht anziehen, wenn man weiß, was es mit den beiden Gebäuden da drüben auf sich hat. Man kann es nicht mehr nicht sehen. Ja, nee, natürlich nicht. Krass. Alles Absicht. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.